Die Streaming-Plattform Twitch hat zum großen Rundumschlag ausgeholt und tausende gespeicherte Streams wieder gelöscht. Die Welt tobt, denn da steckte viel Arbeit drin in diesen Streams und die Arbeit ist jetzt futsch. Der Hintergrund ist, dass es sich bei diesen Streams um Streams handelte, in denen Hintergrund Musik lief. Und die war überrechtlich geschützt. Die Musikindustrie ist angekommen, hat Twitch angeschrieben und Twitch hat gesagt, alles klar, wir löschen. Dadurch ist ein großes Chaos entstanden und wir wollen helfen, das Chaos ein bisschen aufzudröseln und zu sagen, was geht auf Twitch und was nicht. Bleibt also da. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger und Solmecke. Und habe gerade in mein eigenes Intro reingeplappert, fast wie so ein Radiomoderator, aber habe ich ja auch schon zehn Jahre gemacht, dass ich mal fürs Radio gearbeitet habe. Und dann nannte man das die Ramp, über die man noch so eben noch drauf plappern konnte. Aber eigentlich ist das eher am Ende die Rampe gewesen. Kleiner Fehler von mir, aber kein Fehler von Twitch möglicherweise, dass die so viele Twitch-Videos gelöscht haben, die dort gespeichert worden sind. Also Streams, die letztlich da noch abrufbar waren. Ende Oktober, 20. Oktober war es, als dieser Aufschrei rumging. Der bekannte E-Sport-Journalist und Game-Industry-Insider Rod Breslau hat auf Twitter als Erster oder einer der Ersten darüber informiert. Er sagt, dass Twitch DMCA Blutbad hat begonnen. Hunderte Streamer haben E-Mails von Twitch bekommen mit DMCA Takedown Notifications. Da steht also drin, wir haben gesehen, dass dein Kanal eine DMCA Takedown bekommen hat. Gehe ich gleich darauf ein, was das ganz genau ist. Wir erkennen, dass da illegaler Content drauf ist. Wir geben dir nicht die Option, dagegen vorzugehen oder irgendwie mit dem Rechteinhaber da irgendwie nochmal zu sprechen. Und mit anderen Worten, das ist jetzt eine einmalige Warnung und Tschüssikowski. Ja, also weg ist weg. Sagt jedenfalls Twitch. Die waren da also relativ hart. Das war übrigens nicht das erste Mal, dass die da so hart waren. Im Juni 2020 gab es auch schon gewisse Streamer. Die hatten DMCA Strikes bekommen. Das sind Strikes nach dem Digital Millennium Copyright Act. Und da wurden dann ganze Twitch-Kanäle gesperrt. Jetzt hat sich das Twitch etwas anders überlegt. Wir haben gesagt, wir geben keine Strikes mehr, sondern wir löschen einfach direkt. Aber eben ohne, dass man sich wehren kann. Und da haben sie eben gesagt, wir sind uns bewusst, dass das Löschen eben nicht mehr möglich ist, jetzt Gegendarstellungen zu machen. Das soll eine einmalige Warnung sein, damit du dich jetzt über die verfügbaren Tools zum Überrecht doch bitte schön informieren kannst. Sie haben auch darauf hingewiesen, dass die Kanalbetreiber jetzt selbst in der Verantwortung stehen, bis zum 23. Oktober alle Videos zu löschen, die nicht automatisch erfasst worden sind. Das wiederum wurde auch auf Twitter bekannt gegeben. Und zwar war das Devin, auch ein großer Twitch-Streamer, der hier gesagt hat, schaut euch mal an, das ist doch verrückt. Hier werden die Partner informiert, dass sie den Content gelöscht haben. Und dass da noch weiterer Content wohl ist, der verletzend ist, wo also Musik im Hintergrund läuft, ja, den sie aber nicht identifizieren können. Und sie haben auch kein Identifizierungssystem rauszufinden, wie das, was sozusagen die Lieder finden kann oder die Streams finden kann. Dann löscht doch bitte selbst, ja, damit löscht man sozusagen das Lebenswerk. Also das war sozusagen das, was Twitch dann da gesagt hat, 23. macht schnell, löscht. Und danach, wenn sie nicht löschen, das sagte Twitch auch, beginnen wieder die ganz normalen DMCA-Notifications, also die ganz normalen Strikes. Bei drei Strikes ist da nicht nur das Video weg, sondern der komplette Kanal weg. Also ziemlich heftig, was dort entsprechend gemacht worden ist, aber vielleicht ist es ja gar nicht so heftig, was die Amazon-Tochter-Twitch hier durchgezogen hat. Denn sie hatte vorher von Seiten der Musikindustrie Hinweise darüber bekommen, dass hier massiv Streams mit schöner Musik gestreamt worden sind. Mit irgendwelchen Miley Cyrus-Songs, meinetwegen zum Beispiel, ja. Und der Stream nur deswegen so gut ist, weil eben diese coole Hintergrundmusik dort liegt. Und ehrlicherweise muss ich sagen, das kann man natürlich so sehen. Ja, wenn ein Stream lebt von verschiedensten Elementen und wenn man die ganze Zeit aktuelle Charts-Musik im Hintergrund laufen hat, dann ist das ein bedeutendes Element, warum der Stream so gut ankommt. Und man könnte jetzt auch nicht einfach einen Kinofilm laufen lassen. Es gibt ja diese Twitch-Partys quasi, wo ein Film, Borat war das jetzt, glaube ich, Borat 2, mal, wo einige sich den zusammen angucken. Und ihr könnt auch auf dieser Party dabei sein quasi. Aber dann sind die Rechte vorher geklärt. Und hier ging es vor allen Dingen um Inhalte, wo die Rechte nicht geklärt worden sind. Denn wie ihr vielleicht wisst, hat die GEMA zwar einen Vertrag mit YouTube, aber sie haben noch keinen Vertrag mit Twitch. Das ist das Gute. Eigentlich müsst ihr als Streamer die Rechte klären. Aber die GEMA ist im Moment zumindest in Deutschland noch der Meinung, dass man immer über die Plattformen das besser löst. Das hat eher Praktikabilitätsgründe als rechtliche Gründe. Die wahre Rechtslage ist, ihr als Streamer müsst die Rechte klären fürs Streamen seitens der Plattenfirma, seitens der ausübenden Künstler, also der Gitarristen, wenn da eine Gitarre auf dem Song zu hören ist, seitens der Sänger, seitens der Komponisten, seitens der Texter. Das müsstet ihr alles klären. In der Regel bietet die GEMA da ein Package an, aber jeder müsste einzeln, bevor er ein Stream startet, bei der GEMA anklopfen. Deswegen bevorzugt die GEMA es, einen globalen Vertrag auszuhandeln mit den Plattformen. Mit YouTube gibt es sowas, mit Twitch ist so etwas noch in Verhandlung, aber im Moment noch nicht gemacht auf deutscher Ebene. Und die GEMA hat auch nur die Rechte der ausübenden Künstler und der Urheber und nicht der Plattenfirmen. Manchmal kriegen sie sie doch abgetreten, um da verhandeln zu können. Also da gibt es schon viele Seiten, wo jeder Einzelne anklopfen müsste, ziemlich unpraktikabel. Deswegen läuft das normalerweise dann über die Plattformen. Aber bei Twitch gibt es es noch nicht. Und, was man auch sagen muss, die GEMA wäre jetzt hierfür eh nicht so zuständig, weil die DMCA-Notifications, die kamen ja aus Amerika. Und das heißt, da ist es eher die Musikindustrie in Amerika, die Twitch Druck gemacht hat als US-amerikanische Plattform. Ja, und man kann natürlich auch sagen, klar, auch ein deutscher Streamer verletzt US-amerikanisches Urheberrecht, wenn er diesen Miley Cyrus Song im Hintergrund zum Beispiel ablaufen lässt. Könnte man, kann man auf jeden Fall so vertreten. Und insofern, ja, muss man da wahrscheinlich warten, dass die GEMA sich geeinigt hat mit Twitch, damit so etwas möglich sein soll. Was ich aber auch sinnvoll finde, statt jetzt die ganzen Streams zu nutzen. Aber klar, sagt beispielsweise die GEMA, hm, wer verdient denn das ganze Geld? Twitch verdient das Geld, die Streamer verdienen das Geld und unsere Künstler, die gucken in die Röhre. Die haben die Musik gemacht und die Musik ist ein wesentlicher Anteil des Streams. Und man könnte auch, ja, theoretisch über so einen Stream nur die Charts abspielen und gar nicht viel machen. Und wahrscheinlich wäre der Stream dann auch noch erfolgreich. Da muss doch jemand Geld für bekommen. Fakt ist, theoretisch könnte man in Deutschland einen Streamer abmahnen, direkt abmahnen, der Hintergrundmusik laufen hat. Und das ist bei YouTube meines Wissens so auch schon passiert. Natürlich, ja klar, habe ich ja selber schon Rechtsverfahren hier betreut, wo Leute Musik hatten, im Hintergrund gab es dann, wo irgendwas hatten, im Hintergrund gab es dann Chartmusik und dann sind die einzelnen Streamer, beziehungsweise diejenigen, die ein YouTube-Video produziert hatten, abgemahnt worden. Apropos, damit ich hier mal verschnaufen kann und ihr mal unseren TikTok-Kanal kennenlernt, falls ihr da Interesse daran habt, schaut mal vorbei bei Recht2Go auf TikTok. Da sind wir auch mal so kurz, ein Minütchen jeden Tag noch ein bisschen knapper, wer das noch nicht kennt. Also, Fakt ist, Waldo Frommer, RKA und Co., die könnten natürlich eine Abmahnung schicken, wenn sie einen Streamer finden, der im Hintergrund so eine Musik hat. Besteht kein großes Interesse dran, man will da lieber das Geld reinholen. Deswegen gibt es da im Moment meines Wissens noch überhaupt keine Streaming-Abmahnungen, aber theoretisch wäre das möglich. Und mit dem neuen Artikel 17, der kommen soll, des Urheberrechtsgesetzes, beziehungsweise der EU-Urheberrechtsnovelle, ist es ja sogar so, dass wir die Befürchtung schon hatten, als wir dagegen demonstriert haben, dass man sogar einen Livestream stoppen könnte, wenn ein bisschen Musik im Hintergrund ist, ohne das jetzt klären zu können, ob die Musik da vielleicht nur gesampelt ist oder ein Stückchen sogar erlaubterweise drin ist. Also, das wird noch spaßig werden. Und das hier sind jetzt die ersten Anknüpfungspunkte, wie man sieht, handelt Twitch hier schon. Ach, übrigens, wer sich für das Thema Urheberrecht tiefer interessiert, dem kann ich noch unseren Zweitkanal ans Herz legen, fällt mir gerade ein, wem es Law, die Experten, könnt ihr auch einfach auf YouTube die Experten suchen, müsstet ihr den auch entsprechend finden. Twitch bemüht sich allerdings, das Löschen jetzt zu vereinfachen, also nicht die Rechtsverhandlung zu beschleunigen, sondern einfach nur das Löschen dieser Dinge zu. Vereinfachen, weil Twitch natürlich im Sinne hat, sondern die Streams werden sowieso weitergehen, nur gespeichert sind sie halt nicht mehr. Wahrscheinlich haben die gar nichts dagegen, weil das Streaming ja trotzdem weiter passiert. Und man kann jetzt mehrere Klicks auf einmal löschen, muss nur selber auch selber klären, ob das illegal ist oder nicht. Sie haben seit 2014 ein Tool namens Audible Magic. Damit wurden bislang schon Videos gescannt und einige Stellen mit geschützter Musik stumm geschaltet. Und das soll jetzt alles einfacher werden. Und ihr sollt mit diesem Tool dann die Stellen finden und auch entsprechend löschen können. Sie sagen aber auch, so richtig garantieren können wir euch nicht, dass jeder Stream auch wirklich gut gefunden wird und jede Musikstelle auch gefunden wird. Da müsstet ihr im Zweifel euch das selber anhören und euch selbst umkümmern. Finde ich hart. Twitch macht wirklich auch entsprechend viel Geld mit euch, mit den Streamern, mit den Content Creatoren und lässt die jetzt ziemlich im Regen hängen. Ganz im Gegenteil, sie drücken ihnen noch eins auf, drohen den Creator und sagen, das dürft ihr aber nicht, statt hier zu Lösungen zu kommen. Rechtlich allerdings, muss man sagen, ist die Musikindustrie hier auf der sicheren Seite. Das funktioniert nicht, dass man seinen Stream mit aktueller Chartmusik untermalt. Das ist eine Überrechtsverletzung nach deutschem Recht und nach amerikanischem Recht auch. Wozu das führt, habt ihr hier gerade gesehen. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer der kleine Aufruf, lasst ein Abo da. Falls das nicht sowieso schon geschehen ist, und ansonsten habe ich hier noch zwei Videos für euch, die ihr euch auch noch reinziehen könnt, wenn ihr noch Bock habt. Wir sehen uns morgen mit frischem Content wieder. Danke, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Ich habe euch auch, was haben wir jetzt hier, elf Minuten geschenkt. Tschüss und bis morgen.